wir sind in argentina negge es ist ein unzerstörbar mit kriegst du viel was es gibt unzerstörbar es ist negge es ist ich brauch noch zwei level alter ich schätze mal hier wird das ganze unterwasser dingens nicht so akte nicht so präsent sein sonst habe ich nämlich ziemlich gelitten mit der rumleckerei da haben wir eh nicht viel unterwasser gemacht da haben wir eh nicht so viel unterwasser gemacht ne gucken wir mal also das das hier das hier das 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 und 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 das ich glaube das es echt am besten wäre am Anfang zu leveln. Mit einer Codex. Ah nein. So, ich sammle jetzt einfach Büsche und und stelle dann Zeugs her. Ich mein was? Hoch? Hä? Ach so. Sollte ja eigentlich funktionieren. Hätte ich jetzt natürlich noch so ein Quadruppel, Sextuppel Ding, EP, Boost. Quadruppel, Kumpel. Als ich gestorben bin, waren ja irgendwie nur noch 15 Sekunden übrig. Beziehungsweise ich bin ja dann ohnmächtig geworden und dann ist er ja ausgelaufen. Das heißt, ich zähl angegangen. Puh. Alter, was denn los? Muss ich gehen, oder was? Krüppel, Dorex. Krüppel, Dorex. Doch. Dieser komische Fisch, der da an die Oberfläche geschwommen ist, der hat diesen kompletten Spin seines Lebens gemacht. Ja, das wird er nicht nochmal machen. Offensichtlich nicht. Sechsfacher Wirbelsäulenbruch, so wie es aussieht. Shit. Oh, irgendwas, was Heid gibt, Mann. Oder Fleisch. Heid? Fleisch. Fleisch. Irgendwas, was Fleisch gibt, das ist schön. Ein Gammelfleisch, oder was? Gammelfleisch, ja. Gammelfleisch, ja. Dorex, hier ist nix, was man killen kann, aber es ist nicht so, aber Paratler. Da kann man woanders rum. Da ist ein Fiumia irgendwo gewesen. Ja. Oder ein Kano. Oder der Paratler. Oder ein Megaluceros, vielleicht wird die stehen da. Der rennt auch weg, die sind schnell. Die sind sehr schnell. Die sind sehr schnell. In der letztendlich auch seine Staubwolke, ja. Der aktiviert seinen Nachbrenner und dann ist er weg. Mit denen ist nicht zu spaßen. Stopp, stopp. Doch. Lass ihn immer noch. Schurr, durch ihn, pushen, durch ihn, schuhe, durch ihn, schuhe. Ah, jetzt hat er den scheiße Bug wieder an. Den Bug. Das kannst du bei Ark nicht sagen, da weiß kein Mensch, wovon du redest. Den Ark-Bug. Ark-Bug. Den aller Ark-Bug. Ich glaube, wir haben die Hitboxung von Call of Duty übernommen. Ah, er ist tot. 50 Millionen Fallen ist er tot. Ich hab mein Fleisch, hab mein Fleisch. Ich hab noch Fleisch, deswegen, her damit. Ja. Huh, sie bl... Okay. Hier schweben überall diese Fische über Wasser. Was ist wrong mit denen? Der Fjobia ist immer noch hier. Lass uns den töten. Egal, lass uns den von zwei Seiten beschießen und dann teilen wir das Fleisch auf. Ich hab nur noch 33 Pfeile, das muss reichen. Ich hab noch... Ich hab noch 40. Er rennt eh weg. Das Elbter rennt zu den Kano rüber. Ja, wenn ich einen Pfeil im Dunstverbrauch. Wir können den Kano auch töten. Das Elbter Kano frisst uns auf, das ist ja wie 100 oder so. Ich weiß es nicht. Das tun wir. Das ist ja. Aber da ist die... Hallo? Sag doch, wenn du anfängst. Ja, jetzt rennt er weg. Ist logisch. Jetzt haben wir ihn ja auch in eine Richtung gelotst. Ja, jetzt ist er im Wasser. Jetzt kann er nicht weglaufen. Wisst ich. Wow. Ähm, ich kann nicht schießen, wenn ich im Wasser bin. Und zwar ein Headshot. Nichts. Ja, ich auch nicht. Ach, scheiße, Mann. Alter, wie viel hält der denn aus? Ja, Sau, ey. Bastard Vieh. Ey. Können wir nicht die anderen treffen. Ja. 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 Da muss richtig viel Fleisch geben. Ja, wer nicht. Wir handen den down. Ich weiß nicht, wie viele Pfeile da drin stecken hat. Komm, gib mal ein paar Pfeile her. Jetzt kann er nicht mehr weg. Pfeile, gib mir Pfeile. Ich baue ihn ab und gebe dir dann die Hälfte. Ja. Nein, die fressen ihn auf. Ah. Ich baue ihn ab. Er wird mir. Alter. Jetzt sind die weg, oder was? Jetzt die... Wollt ihr mich schwe... Jetzt. Ha! Ha! Lass lieber hier rumgehen. Oh, warte. Keine Ausdauer mehr. Äh... Ich geb' dich gleich. Kommst du her. Dann geb' ich dich. Diese, diese, diese und... Diese. Nice. Das waren... 140 irgendwas. 144 war's, glaub' ich. So, alles aufteilen. Wenn ich das jetzt alles aufteile... Alter. Ja, viel Spaß auch. Es wird einiges geben. Was ist das? Da brauchen wir auch einiges. Kann ich hier drü... Kann ich hier drüben direkt... Oh, ne. Okay. Dann... Ah ja... Das ist Insekten... ...mäßig, ja. Darüber. Trifft mich hier, wenn ich mich... Daru... Oh, ne. Ich stell' mal dazu den Kristallen hier hin und die abbauen. Sind das auch Kristall oder ist das dieses Fake wieder? Das ist Kristall. Fragmented Green Gem. Fragmented Green Gem. Kristall, okay. Wie viel brauch' ich nochmal für das Ding? Na egal, ich brauch' einfach ein paar ab. Weil für das... Äh... Für dieses Superscope da... ...braut man ja... ...einige Sachen. Diese Games gab's auf Aberration, ja. So. Warte, ich weiß, ja. Für dieses... Für diesen Gassammler... ...mit dem wir dann diesen Schutzanzug bauen konnten. Boah, Alter. Das scheint man noch... ...immer noch zu brauchen. Ja, für gewisse Teile. Extinction wird so... ...alles auf einmal sein. Wenn das das finale Kapitel ist. Von diesem Mark. Ja, wer weiß. Wer weiß. Du bist überladen. Das ist immer das, was man nicht hören will. Das Überladen. Ach, jo. Nein. Soll ich mich mal nicht so anstellen? Nein. Meine Spitzhack ist kaputt gegangen. Ich brauch' Holz und Stroh. Hier ist Holz und Stroh. Was für Holololz. So netter. Ja. Richtig krass dunkel im Wasser. Ich weiß nicht, ob das doch normal sein soll. Bei mir ist das so komisch ganz, ganz trübe. Ja, richtig trübe. Und das liegt wie Scheiße, natürlich. So, dann stellen wir nochmal. Ja, ordentlich. Boah. Ja, genau. So 70 Pfeil. Das ist doch. Noch mehr. Ich muss mal gucken, ob ich noch welche herstellen kann, glaube ich. Ich brauch' Holz. Reparieren. 20 bin ich jetzt. Oh Gott. Oh Gott. Ich bin fett überladen grad. Äh. Also eigentlich diese Gems, die schmeiß ich erstmal weg. Die kann man immer noch von hier holen. Nein, ich bin komplett überladen. Egal. Ich lauf' jetzt so zurück, wenn's sein muss. Da kann ich nicht irgendwas herstellen. Pfeile. Da brauch' ich Feuersteine für. Feuersteine und... Wer hätt's gedacht? Stroh. Natürlich. Stroh gibt's hier jetzt noch im Baum. Klar. Erzähl mir. Erzähl mir. Erzähl mir. Erzähl mir. Ich glaub' ich tähl mir vielleicht sogar einen Ankylo. Als erstes. Ich weiß es noch gar nicht. Ich guck mal, was da rumläuft. Ich schaff' es. Zum Stein. Irgendwann. Heute Mittag. Heute Nachmittag. Ist ja schon. Halb sechs. Pfeile braucht man. Viele. Das hier könnte ich wegschmeißen. Äh. Ja, komm. Ich will die restlichen Kristalle aber alle mitnehmen. Egal mir. Ach komm schon, wie viel ist denn da drin? Das und das. Ja. Ja. Viel bin ich nicht überladen. So. Ich kann wieder rennen in Slow Motion. Das Gute bei den Ankylos ist, die sind so langsam. Also bei mir ist es sehr dunkel. Es ist auch hell doch dunkel, aber es ist sehr trüb. Und das ist... Oh, Alter. Die Framerate ist für die Tonne, sobald ich unter Wasser tauche. Das sollte ich vielleicht nicht zu oft machen. Ich gehört, das schadet der Gesundheit. Kann ich nicht reparieren? Fehlen mir Steine. Natürlich. Es fehlt mir immer genau das, was ich gerade... gerade weggeschmissen habe. Weg, 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 weg. Äh... Weg, weg, weg. Nicht zur Sicherheit. Was machst du schon wieder? Tamest du was? Nein. Ich habe nicht genug Zeug dafür. Warum nicht? Es dauert leider ein bisschen. Warum nicht? Warum nicht? Aber der Kano, der sieht schon appetitlich aus, ne? Sollte vielleicht... Ich weiß nicht, ein bisschen Holz sammeln. Holz brauchen wir nämlich immer. Und viel ist es jetzt nicht gerade. Kristalle. Ich gucke noch mal, wann es ist. Super Spyglass. Äh, 25. Potion. Kann ich vielleicht ein paar Holz-Fondations herstellen? Na, 80 Holz, aber sicher doch. Das ist ein Affe. Das heißt, ich gehe jetzt... Das ist ein Affe. Was ist ein Affe? Keine Affe. Der Leute werfen kann? Scheiße werfen kann. Ach, dieser hässliche kleine Affe. Alter, der Stegos sind mega. Wo bist du denn hin? Da, wo wir vorhin waren. Jetzt noch bist du, wo wir vorhin waren. Da oben, weil ich brauche Fleisch und irgendwas muss ich erfüllen, ja. Alles gut. Was brauchst du jetzt? Hast du nichts mehr für Gammelfleisch, hast? Wow. Also entweder leckt es, wie scheiße, oder es sieht nur aus, als ob lecken würde. Wegen diesen komischen Verwirbelungen. Ich bin auch fast sicher, dass es leckt. Er sammelt nicht gerne Holz. Einen ganzen Baum konnte ich abhauen. Ach nee, guck mal einer. Was bist denn du für ein Level? Was ist das? Kommt sowieso nicht an mich heran. Stirb, du Sau. Gib mir dein Fleisch. Leckerer Fleisch. Das ist ja Kano da drüben. Ich weiß nicht. Der könnte noch gefährlich werden. Aber ich glaube, ich werde tatsächlich doch zu Anfang an einen Shrike tamen. Weil einen Shrike kann man direkt am Anfang reiten und der kann Bären machen und so, weißt du? Ich glaube, das ist schon die logische Rival. So, komm doch lieber hier rein. Ich möchte einen Enforcer tamen, aber das kann man nicht machen. Muss man herstellen. Ich glaube, bis wir mit den Elektro-Viechern da rumrennen, das wird nur einen ganzen Moment dauern. Wir sind jetzt seit was? Das kommt da weg. Ja, seit nicht mal ganz zwei Stunden ingame. Und wir haben noch nicht wirklich was gesehen, sag ich mal. Bisschen okay, aber ja, aber, ne? Genau. Aber so rum und nicht in grün. Ja. Aber auch ein bisschen schwarz, weil schwarz scheiße ist. Hab ich niemals gesagt. Schwarz und scheiße sind. Oh mein Gott. Hast du was gegen Minderheiten? Schwarze Minderheiten. Jörg, schau. Das hast du jetzt gesagt. Es gibt hier einen krassen Grafik-Bug. Am Wasserfall. Nein, in ARC gibt es Grafik-Bugs? Ja, der löst sich einfach auf, der Wasserfall. Der ist dann nicht mehr da. Also, der Fluss ist dann nicht mehr da. Der eine Wasserfall kommt einfach aus dem Ding raus. Der ist auch zu durchsichtig, man sieht ihn halt fast gar nicht. Das ist Glas. Schimmerndes Glas, das ist gar kein Wasserfall. Und schwimmen hier die Fische in dem Fluss dran. Die schwimmen an der Wasseroberfläche. Die haben noch viel zu viel, was in die Leute. Mein Gott, das ist jetzt wie lange draußen? Wenn du lieber eine Peter machen willst. Seit nicht mal einem Tag. Und... Ich schwär mich trotzdem. Oh mein Gott. Dann schwär mich 15 Euro bezahlen. Au, was ist das? Die Miranias kommen an die Wasseroberfläche. Alter. Ja, und dann sterben sie, oder? Nein. Das ist das Problem. Bei mir sterben sie immer. Der Kano ist da hinten. Ein Level brauche ich noch. Ich sammel noch ein bisschen mehr. Gasball. Gasball, die kennst du noch. Ja, ja. Das Scrapmaker Ignatz. Nimm, wenn du was herstellen willst. Mach schön den her. Nimm das linke Ding. Ich hab hier einen. Achso, du hast ein eigenes. Ich hab hier einen. Iiuiuiui. Warte mal, können... Warte mal, jetzt muss ich mal... gradually go, though. Trikes. Was können die denn alles damagen? Äh, wo ist meine schlaue App? Hallo, App? Hier. Trikes. Damagen können. Trikes. Trich, Triceratops, net, Triceratops, wie auch immer, Wood, bis zu Wood, das heißt, ich muss, wenn ich eine Falle baue, muss ich die aus Stein bauen, na, vielen Dank auch, Game. Dann würde ich keine Falle bauen. Dann würde ich keine Falle bauen, wenn er so Stein machen muss. Ja, wie willst du denn dann tamen? Muss ich immer das machen. Hä? Wegrennen. Du kannst nicht mehr vor ihm wegrennen. Er chargt, aber er kann keine scharfen Kurven geben, wenn er chargt. Weißt du, wie schnell der ist? Du kannst generell nicht vor ihm weglaufen. Ja, auch schon eingetänt. Die Base-Speed ist höher als die von dem Charakter. Ich müsste erst mal überlegen, was ich dafür brauche. Am besten Standard ist vier von diesen Toren, weißt du? Wald, Aschentina. Huch. Hallo. Sto- Alter. Stone. Kann ich nicht bauen? Muss ich sein? Level 27. Das ist kacke. Ich weiß auch nicht, wie ich den hier drin... Hat der... Rächtet der? Nee. Ist das der Trike? Alter, der Kano, der läuft hier rundherum. Siehst du das? Ich glaube, das hier ist der Trike. Ja. Das ist der, den ich tamen will. Das ist Level... Das ist Level 40. Nein, der Kano. Na, frisst er noch alles hier auf. Das weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das kann ich nicht sagen. Mal müssen wir den abrippen. Ich glaube, die Drohne passt schon so ein bisschen auf, die hier rumfliegt. Weiß nicht. Was machst du hier mit dem Dings? Ich hab noch ein bisschen Metall. Soll ich mein Metall da reintun? Ich darf mir einen Metallberg trägen, weil die anderen gehen mir so auf den Sack. Das heißt, Dinger, die gehen immer kaputt. Ja, ich weiß, wie es ist. So. Hello. Was kommen wir denn für so eine Schmiede? Leder und sonst wie viel Crash. Äh, Re... Oh Gott. Re-finding-forge. Hallo. Re-finding-forge. Äh. Fass. Hahaha. Neuer Level für Fukubar. Be-täubungs-Pfeile. Das hier. Das hier. Und das hier. Oh, das kommt auch noch. Der Collector kommt noch dran. Animal Tender. Ja, eventuell. Gucken wir mal. Ähm. Genau. Äh, die Drohne sagt irgendwas. Ich hab's nicht verstanden. Ja, der Kano kommt immer näher zu unserer Basis, gell? Ja. Der ist schon auf dem Weg hierher. 40 Fasern. Fünf Feuersteine. Hab ich nett. 20 Holz. Sollen töten oder was? 65 Läden. Ja, ich hab's nicht verstanden. Und nachher macht er auch Rage. Rage dann auch um oder so. Warte. Kann ja gleich machen. Machen wir weg. Wo ist er denn? Warten. Mal Sachen sammeln. Ich hab 67 Pfeile dafür. Also, ne? Ich hab' auch viele Pfeile, aber ich hab' nur Angst, dass er uns wegfickt. Bevor wir ihn töten. Immerhin. Wo ist er? Hä? Da drüben vielleicht? Ich seh' den nicht. Zwei Steine war ich noch. Ach da. Oh, er greift jetzt den Paracert. Ne. Was greift denn jetzt an? Irgendwas. Der ist einem Dings. Renetrator hinterher. Jetzt, guck, jetzt ist er da unten. Der ist jetzt hier oben. Ich seh' dich nicht. Der Wasserfall ist. Auf der Seite, wo der Kano steht hier oben. Was ist er? Wasserfall? Mal versuchen den. Der ist er. Da! Ich kippe, der Müsse. Ich weiß nicht, was ein Level hat. Ich komm rüber. Kann man nicht runterfallen. Den bleibt nicht stehen. Darf ich den von hier aus etwa? Nein. Och. Mann, dieser hessliche Trike. Perfekt. Der kommt wieder an. Äh. Ich soll den Paracert angreifen. Was macht der da? Ich kann... Ich will wissen, wie's Level der ist. Warte. Hallo, der sollte den Großen angreifen. Oh mein Gott. Ich kann nicht mehr... Ich kann nicht kass. Jetzt, jetzt, jetzt gibt's Kolossus. Okay, der fickt den auf mich. Alter. Nee, sag knapp. Boah. Oh, alter, alter. 32 Gesundheit hab ich noch. Ich hoffe, der fickt den. Wenn er den auffreißt. Leckt mich am Arsch. Hui, hui, hui. Knappe Sachen. Ich weiß nicht. Ich muss erst mal Gesundheit wieder holen. Schau mal vor, der Kano gewinnt. Nee, nee. Guck mal, wie der... Die sind beide echt blutig, gell? Müssen wir schauen, dass eine Seite nicht gewinnt. Dass beide Seiten vielleicht nicht gewinnen. Möglicherweise. Ähm. Schieß, schieß, schieß. In den Kopf, in den Kopf, in den Kopf. Ist der Stutt. Oh mein Gott. Er hat vor mein Gesicht umgedreht. Ahm. Du Bastard. Und jetzt oben sind auch noch. In den Bastard. Er kommt. Ähm. Nein, 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 nein. Er tötet mich jetzt. Warum hat er mich angegriffen? Alter, der hat auf einmal Rage auf uns gehabt. Ich spawn mal beim Bett. Huh. 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 Tötet ihn. Jawoll. Oh, jetzt haben wir Fleisch genug. Alter, die waren Level 20 und Level 15, gell? Die haben uns fast zerstört. Mich haben sie zerstört. Ah, fuck. Wie? Oh, Mann. Ich sage, wir brauchen dringend viel. Ah, mein Fuß. Was ist das eigentlich mit deinem Fuß? Siehst du das? Ja, ich bin nicht durch. Ah, der ist ja eingeknickt. Alter, äh. Ja, ciao. Live on now. Scheiß, Trike. Gib mir das. Oh, nicht schon wieder. Ist der ganze Dreck hier, ey. Das ist ein Dino-Leash. Electric-Leash keeps Dino from your wandering too far. Ne, ein Leash ist ne Leine. Ja. Was? Der ex-personische Leine gibt es jetzt. Interessant. Dino-Leash. Sollst du beide abbauen und gib dir dann wieder die Hälfte, oder was? Ja, ja. Unsert. Oh. Das Medium Taxidermity Base. Ach. 500 Stroh braucht die. Leck, ihr Arsch. Was ist das denn? Taxidermity. Was braucht Stroh? Taxidermity-Podest. Ja, das ist dieses für die Haut. Ich glaube, weißt du was? Ich glaube, was ist das? Ist das von S-Plus, oder ist das Original? Ich glaube, das ist, äh... Ich glaube, das ist, äh... Ich will mal was probieren. Stell mal dieses Taxidermity-Ding her. Ich glaube, dass es ist, dass du... Weißt du, die so ausstellen kannst, als ob die ausgestopft wären. Ja, Henke zufällig. Paracelium, Level 15, Taxidermity. Und so ein Podest erlern ich auch noch, und dann werde ich das mal aufbauen. Mal gucken. Ja, du hast doch gesagt, es kostet Strom. Stroh. Stroh. Stroh kostet es. Dann ist es durch die Welt, aber... Taxidermity. Medium ist es. Musst du auch so ein Tool haben. Wie baust du das? Ja, musst du erlernen und dann einfach... Hast du noch zwei Steine? Ja, jetzt habe ich den Kanu schon abgebaut. Steine ab? Ich habe mal ein paar Steine. Zwei brauche ich. Die kann ich nicht geben, weil sonst kann ich die... Du musst die Müffi nicht erstellen. Oh... Moment, hier sind doch irgendwo Steine. Guck mal, hier sind Steine. Ja, hier liegen einige rum. Komm mal. Das dauert noch, bis ich die herstelle. Dann packst du ja mit dem Ding da. Das kostet 30... Wie geht denn das? Einfach drauf fahren damit, oder was? Ja, haben wir schon dann. Haben... ... ... ... ... ... Das ist einfach mit dem Ding auf den Paracel gehauen, oder was? Ja. Ist irgendwas Spezielles gedrückt? Ja, ich gehe das nur einmal. Keine Ahnung. Warte. Ey, das kann doch nicht sein. Oh, Fox, da weiter. Komm. Oh, brav. Oh, brav. Ja. Vielleicht geht das nur einmal. Hat er jetzt die Agro verloren, oder? Weiß nicht. Sieht so aus. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Tja, dann bausteh mal den Rest ab, du, ne? Ich baue den Rest ab, du, du. Vielleicht hast du dann so eine kleine Ausstellung, dass der ausgestopft ist. Ja, das ist natürlich geil. Du kannst dir überall diese kleinen Viecher aufstellen. Was du getötet hast, weißt du? Wenn du einen Alpha-T-Rex getötet hast, als Trophäe, einen kleinen Mini-Alpha-T-Rex. Wenn du einen Alpha-T-Rex da stehen hast, wäre natürlich nice. Warte, ich gebe das jetzt hier drin. Was ist denn das? Ah, naja. Brauchen wir doch. Na ja. Naja, wegen dem Metallhersteller. Äh. Komm, wo ist Micky? Ich hab's gern mit mir. Schreibt die mal auf, warum mal gucken, was das bringt. Wenn wir mal ein Produkt haben, das kostet halt scheiß viel. Wo soll ich die, das hin tun? Ich tu das in deine Kiste einfach, ja? Gleich. Ja, die, warte mal, die Hälfte davon. So, ich hab's weggeschmissen. Nice. Da von die Hälfte und da von die Hälfte. Ja. Eins, zwei, drei. Drei, dann hab ich wieder eins, zwei, drei, wieder eins, zwei, eins, 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 dann eins und dann... Eins und eins? Ich überleg grad, dass... Oh. Eins und eins von Marcel. Mein Name ist Marcel Davies. Leiter bei Kundenzufriedenheit. Äh, bei Kargis. Ja. Hä, hä. Äh, das müsste so in etwa die Hälfte sein, ja? Kommt hin. Bei mir ist es nicht genau die Hälfte. Äh, egal. Bei mir ist es nicht genau die Hälfte. Äh, egal. Bei mir ist es ja egal, dass es nicht genau die Hälfte ist. Och. Spinnen sind die ältesten Kreaturen, die es gibt. Mit Abstand oder beziehungsweise abgesehen von Kakerlaken. Oh nein, oh nein, überlebe ich das. Ganz knapp. Locker nicht. Ganz knapp. Locker... Jump nach unten gemacht. Nicht. Überlebst du nicht? Hab ich überlegt. Ganz knapp. Nix Chance. Mein Hunger wäre auch. So. Einen Moment. Warte mal. Kann ich das hier machen? So. Ich würde sagen, ich mach hier mal Fertigaufnahme. Und, äh, ja. Erster Eindruck. Gefällt mir. Die folgen, äh, wenn ich auf dem Server bin, beziehungsweise zu zweit, werde ich ein bisschen, ja, die werde ich nicht mit an und ab machen. Die cutte ich dann einfach in der Mitte durch. Das heißt, wir sehen uns in der nächsten Aufnahme. Bis dahin.